Jo Leute, was geht ab? Neue Runde Dead by Daylight. Und zwar heute mit einem neuen Jäger. Jäger macht mir mehr Spaß, Survivor macht mir eigentlich wenig Spaß, muss ich sagen. Ich verkacke immer wieder. Heute als Killer unterwegs, Jäger-Killer. Oh shit, ich dachte schon, da wäre ein Buckwitz stehen geblieben. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht machen, komm mit, komm mit. Okay, ihr seht schon, diesmal nicht der Typ, der sich unsichtbar machen kann, sondern wir spielen einen neuen. Wir spielen jemanden, der Fallen platzieren kann und das ist schon mächtig in so einem Game. Ich glaube, wir platzieren die Fallen da. Eigentlich muss ich schnell die Gegner suchen. Aber ich platziere mal eine Falle, falls jemand hier lang läuft. Die versuchen mich ja immer dadurch aufzuhalten, dann habe ich schon mal einen. Oh, da hinten sind zwei Leute. Da hinten sind zwei Leute, die gönne ich mir erstmal. Die snack ich mir erstmal. Im Stream haben mir die ganzen Leute gesagt, dass der Unsichtbarkeitstyp damals mega OP war und jetzt der schlechteste von allen ist. Jetzt wollte ich den hier mal antesten. Der soll besser sein. Der soll besser sein. Oh, da haben wir dich gefunden. Wow, das war stark gemacht, das war stark gemacht. Aber ich krieg dich trotzdem. Ja, ja, lauf nur, lauf nur. Leute, das ist ein bisschen zu früh, Jus. Ist panisch geworden. Den haben wir, Alter. Den haben wir. Aber das ist genau das, was ich meine, ne? Der liegt jetzt am Boden. Zack, Rainslam. Hier platzieren wir noch eine Falle. Das Gute ist, also beim Unsichtbarkeitstypen, der hat ja außer diese Unsichtbarkeit... Oh Gott, wo ist der denn hin? Ich verliere die immer. Was? Ich kann meine eigene Falle tappen? Okay. Da ist er. Ich höre ihn. Das war ja heftig. Hä? Wo? Ich kann ihn nicht orten. Oh, come on. Ich hab den gerade gehört. Der war irgendwo hier. Der ist hier. Der ist hier. Mann, wie low ist das? Wo ist der denn? Ich hab den gerade gehört. Oh mein Gott, ich krieg den einfach nicht. Ich krieg den einfach nicht. Ja, gut. Was soll ich sagen? Back ist er. Ich seh den einfach nicht. Habt ihr den gesehen? Ich hab den ganz kurz gehört. Konnte aber dem nicht hinterher. Naja, ein Hammer. Der ist down auf jeden Fall. Verschafft uns einiges an Zeit. In der Zeit... Oh, guck mal. Hier waren die schon. Shit, ich wollte schon sagen. Komm, da hör ich da was. Ah, da hinten, da hinten. Die Fallen könnten ruhig mal ein bisschen schon so verteilt sein, finde ich. Findet ihr nicht? Aber es ist interessant, dass man mehr als eine Falle hatte. Das ist auf jeden Fall gut. Wo waren die? Hier waren die. Oh ja, oh ja. Hier ist einer. Nein. Shit. Ich bin zu spät. Ich bin fertig. Shit. Also der ist deutlich schwerer, finde ich. Weil... Ich finde persönlich, der hier ist schwerer. Aber die anderen Leute sagen... Weil die wissen ja, wie man einen Killer ausspielt. Die sagen, nee, der ist einfacher. Weil... Da, wo die ganzen Leute durch die Fenster durchkriechen. Oder diese Dinger umstipseln. Da platzieren die einfach Fallen. Und dort laufen dann die Survivor immer rein. Ah, guck mal. Da haben wir einen Schwarzen gefunden. Ja, chill du mal. Okay, der eine lebt wieder. Der wird aufgehoben. Der wird aufgehoben. Okay, okay. Den haben wir einen hier gefunden. Ach, da haben wir wieder einen. Da haben wir wieder einen. Da haben wir zwei Leute gefunden. Einer davon war sogar derjenige, der aufgehoben wurde. Der Schwarze, der eben weggelaufen ist, das war derjenige, der aufgehoben wurde. Entretesant zu wissen. Entretesant zu wissen. So, das heißt, der wird jetzt hier aufgehängt. Dann haben wir schon zwei Fallen. Das ist auch eine Sache, die sehr, sehr stark ist. Man kann Fallen unter den Aufgehängten platzieren. Das heißt also, das verschafft jetzt zusätzliche Zeit. Da habe ich manchmal das Problem als... Also dieser Unsichtbarkeits-Typ. Ich weiß auch nicht, wie die Killer heißen. Aber mit dem habe ich dann kleine Probleme, weil ich da nicht so gut klarkomme. Weil die einfach... Die lassen sich einmal hinten und dann können die den einfach entkommen lassen. Also das ist schon ziemlich böse. So funktioniert das. Das mit dem Campen ist auch böse. Also ich weiß nicht, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ist bisher nicht mein Favorite-Killer. Bei dem muss man sich bestimmt einspielen. Man muss wissen, wo die Fallen platziert werden müssen. Und 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 all sowas. Hier ist keiner. Okay, allzu sehr muss ich hier auch nicht campen. Bevor die... Ein Generator noch. Ach du Kacke, ach du Kacke. Ein Generator noch, dann sind wir so gut wie... Dann sind wir alleine. Weil die alle fliehen werden. Wir haben einen bisher... Hier könnte einer sein. Hier könnte einer sein. Hier könnte einer sein. Ja, hier ist noch einer. Der Laufner mit dem Medipack. Mit dem Medipack Laufner. Och komm, ich kann das nur destroyen. Oh ja, den hab ich, den hab ich. Einer ist getrappt, nice. Einer ist in meiner Falle getrappt. Nein, er ist entkommen. Wie kann er denn entkommen? Wie kann er denn entkommen, Leute? Also einer liegt am Boden. Einer ist getrappt. Ah, hier haben die. Die haben den hier irgendwo freigelassen. Okay. Genau das meine ich. Genau das meine ich mit diesem Entkommen. Also jetzt... Ach, ich hab das nicht gesehen. Das war schlecht von mir. Das war schlecht von mir. Ich hätte sofort zuschlagen müssen. Ich hab... Ich hab auf die Stats geguckt, wer noch alles da ist. Okay, der eine ist entkommen. Ich hoffe, das war der mit dem Medipack. Ich weiß nicht, ob das der... Ah, ne. Das war, glaub ich, der andere. Shit. Shit. Okay. Okay, das war sehr hinterhältig von dem. Da muss man immer auf Zack sein. Da muss man immer auf Zack sein. Gott, aber ich bin auch handicapped, Leute. Ich bin auch handicapped. Weil wir haben gefühlt... Eine Million... Ich weiß nicht. Ich hab das Gefühl, ich wohne hier. In einem Schmelzofen. Das ist so übertrieben heiß. Das ist so übertrieben heiß zur Zeit. Ob er das... Dachtest du? Dachtest du, dass du das schaffst? Hast du aber nicht geschafft. Wo haben wir hier? Haben wir noch was? Na, die entkommen alle. Ich muss campen. Ich hab keine Wahl. Hä? Was? Da hinten muss ich hin. Ich hab keine Wahl. Ich muss campen. Wahrscheinlich schaff ich das nicht von der Zeit her, oder? Bitte, bitte. Bitte lass mich... Nein, ich schaff das nicht. Wo ist er hin? Wo ist er? Da ist er hin. Oh, das ist ja auch böse, ne? Das ist ja auch böse. Ich hab hier keinen Enterhaken. Die machen ja alle Haken kaputt. Das ist die Gefahr. Wo ich denke... Wie ist das, wenn... Oh, guck mal. Da ist einer. Da ist einer. Da läuft der. Okay, ne. Dann hängen wir den hier erstmal auf. Dann hängen wir den hier erstmal auf. Ja, das ist ja... Gott. Nur noch ein Generator. Ich bin richtig schlecht. Ich glaub, mit dem muss man campen. Boah, die fallen platzieren dort aber auch seine Jahre. So, der ist 100 Pro. Die werden die da safen. Die haben... Die haben jetzt immer geholfen. Die haben immer geholfen. Die haben immer geholfen. Die werden auch jetzt helfen. Die licken beide an. Was? Das ist Auto-Aimer. Das war nicht meine Schuld, Leute. Auto-Aimer. Auto-Aimer. Oh Gott, den triech. Ich bin eh schneller als du. Ja, lauf nur im Kreis. Einer ist tot. Oh, den hab ich nochmal schön umgedreht. Schön umgedreht. Mann. Bei der Hitze, ne. Da kannst du dich aber auch nicht konzentrieren. So, okay. Können wir hier wieder was reißen? Haben wir hier noch was? Ja, da haben wir was. Da ist noch einer. Okay, die Frau wird eh helfen. Die Frau hat bisher immer geholfen. Wahrscheinlich hat die so eine Daily Quest, die helfen muss. Oh, der ist ins entwick. Sehr schön. Okay, die Tuso war hier. Auf den Generator muss ich aufpassen. Weil der schon halb fertig ist. Wird die mich verfolgen? Nein, wird die nicht. Wäre ja blöd, wenn die mich verfolgen. Die sind alle fast fertig. Mist ey, wo geh ich denn hin? Ich möchte auf jeden Fall nicht so eine Leiche bekämpfen, wenn ich hier hab. Okay, bei zwei Leuten kann man das machen. Sehen wir etwas? Nein, ne? Die Frage ist halt, wieviel die Narratoren sind noch im Leben? Wenn das die einzigen sind? Da hab ich jemand gesehen. Da hab ich jemand gesehen. Da hab ich jemand gesehen. Du kleine Fotze. Oh, den hättest aktivieren müssen. Den hättest aktivieren müssen. Dich hab ich noch bekommen. Dich hab ich noch bekommen. Dich hab ich noch bekommen. Man darf aber nicht zu schnell als Survivor agieren. Zack. Den haben wir. Okay, einen muss ich wahrscheinlich entkommen lassen. Den hab ich zum ersten Mal gefasst. Einen muss ich wahrscheinlich... Ich hab auch keinen. Doch, da hab ich fallen in der Nähe. Also ich glaub der andere war noch auf der anderen Seite der Map. Deswegen. Ganz schnell. Mach mal das hier. Vielleicht will der ja helfen. Vielleicht will der ja helfen. Deswegen machen wir. Wir bauen jetzt den einen mit Fallen zu. Ich bleib auf jeden Fall bei dem einen. Dann hab ich drei Tote. Dann hab ich drei Tote. Ist auf jeden Fall, ähm... eine ordentliche Summe. Vier wär natürlich besser. Aber Exit ist offen. Wenn ich jetzt den einen nicht bekämpfe, kann das auch schnell nach hinten losgehen. Die Stärke ist bei dem wirklich... Du siehst die Traps durch die Wand. Und das ist halt schon brutal. Du kannst sie durch die Wand sehen. Ich muss... Den letzten muss ich bekämpfen. Ich muss den letzten bekämpfen. Also die sind hier. Der eine, der wird sowieso... Der wird fliehen. Oh, guck mal. Ich hab hier sogar gleich das hier. Einer ist tot. Schauen wir mal hier eine Falle auf. Und einer ist schon weg. Ja. Also drei Leute tot. Einer ist entkommen. Der eine hat den Singleplay gemacht. Obwohl der geholfen wurde. Ähm... Ist schon nice. Also ich würd sagen... War ein ordentliches Game, oder? Hä, wieso? Wieso geht's denn nicht zu Ende? Doch. Da geht's zu Ende. Wollte ich schon sagen. Boah, der sieht aber schon heftig aus. Guckt euch das mal an. Alter, was habt ihr da in der Haut? Irgendwie. Holy shit. Der Rhythmshandel. Kriegen wir ein Level ab? Ich glaub wir kriegen sogar ein Level ab. Das gibt Punkte, Leute. Wir haben gut Punkte gesammelt. 17.000. Shit. Das ist ne Menge. Das ist ne Menge. Okay Leute. Neue Runde war das. Peace and out. Macht bei dem heißen Wetter. Keine Ahnung. Ich geh gleich Pokemon Go zocken. Macht das auch. Und gönnt euch. Entweder einem Wassermeloner oder Madbrötchen. Ich entscheide mich für Madbrötchen. Jetzt aber. Peace and out. Brrrr.